Der ist trocken aus. Ich glaube nicht, dass das gut liegt. Vorratslieferung unterwegs. Ja, kann ja. Lagebericht. Kreiskollaps droht. In Sicherheit begeben. Ja, Sir. Ich gehe ein bisschen hinter mir, wa? Und ist der hinter mir? Nee, ich gehe zu mir. Ja, das sag ich dir doch nicht. Auf jeden Fall hinter mir. Aber wo? Drei Preise. Ja. Geht nicht scheiße. Ja. Nee, nee. Scheiße. Ich gehe auf jeden Fall hin. Ich gehe auf jeden Fall hin. Ja. Okay. Ich muss noch einen Sniperino finden. Nur noch einen Sniper finden. Man, gib mir jetzt die Sniper hier. Hier, Dreckigen Huhn. Ton habe ich auch nicht. Stolpermine, Alter. Sturmgewehre, finde ich, haben wir viele. Ich finde auch nur Rüstungsstufe 1, Alter, die ganze Zeit. Schon Rüstungsstufe 3. Ich verstehe nicht. Man muss das Spiel zu einem Pferd, zu dem anderen, ne? Aber ist halt so. Weiterer Kollaps erwartet. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Ich bin da, bevor mir keiner war. Und dann. Na. Na, na. 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 Hm, merkwürdig. Yeh-hü. Oh ja. rege bist du ruhig alter ich glaube ich bin in der nähe vorräte im anflug ja sowas vor steht bevor allemal in sicherheit alle mann alle deutschen allemal ja 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 so der giga hoden alter das ist ganz ehrlich sagen wenn du so doof fragst alter direkt neben dir im ernst du bist gerade neben mir lang gelaufen bist auf sonderwiese ich lag am busch du bist an mir vorbeigelaufen was ich so 10 15 meter warum geschaffen weil ich gerade im menü war ich habe meine waffen verglichen mit welcher ich jetzt am besten spiel war beide ziemlich gut aufgerüstet sind da kann ich mir auch reinlassen alter achtung weiterer kollaps erwartet sucht die sicherheitszone auf so 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 scott ho augment musician so 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 Lagebericht. Kreiskollaps droht. In Sicherheit begeben. Oh, irgendwie habe ich gedacht, du sitzt da, Alter. Puh. Na, ging ich schon nur weg? Ja. Nichts getroffen. Ach, alles gut. Vorratslieferung unterwegs. Oh, du atmest hart als Headset. Was? Echt? Ich denke, was macht er da? Warum braucht er so lange? Ja.